Herzlich willkommen zu unserer Sendung Was sagt die Bibel dazu? Heute eine besondere Frage bezüglich des Abendmahls. Welche Bedeutung haben das Abendmahl und dann noch die Fußwaschung? Jesus hat das Abendmahl während des Passafestes eingesetzt. Dieses israelitische Fest sollte nicht nur an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei erinnern. Es war auch ein Hinweis, dass Gott uns aus der Herrschaft Satans und der Sünde befreit. Dem, was uns knechtet, was uns versklavt, um uns in das himmlische Kanaan zu bringen. Damals bedeutete das das Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Im Zentrum des Festes stand das Opfer des Passalammes, dessen Blut die Israeliten vor dem Gericht Gottes über die Ägypter schützte. Lesen Sie es nach in der Bibel in 2. Mose Kapitel 12. Passa bedeutet Verschonung oder Bewahrung. Dieses Passalamm stellte symbolisch Jesus Christus dar, dessen Opfer uns von unserer Schuld befreit. Jesus hat das Passafest in das Abendmahl oder das Gedächtniswahl umgewandelt. Nachdem er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, soll uns diese Feier an seinen Opfer erinnern und uns persönlich bewegen, seinen stellvertretenden Tod für unsere Schuld auch zu verkündigen. Wir halten hier einen Moment inne. Es ist manchmal so, dass dieses Abendmahl eine Wiederholung der Taufe darstellt. Begraben werden, auferstehen, das geschieht einmal. Wir bekommen ein neues Leben durch den Glauben an Gott und durch die Taufe. Das Abendmahl ist eine ständige und immer wiederkehrende Erinnerung an dieses Sterben und Auferstehen. Weil die Bibel mehrmals sagt, von Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das bedeutet ein immerwährendes mit Christus gehen. Und dabei ist das Brot, das wir hier brechen, im Abendmahl und Essen, ein Bild für seinen Körper. Und der Abendmahlswein, ein Bild für sein Blut. Das können Sie übrigens lesen in 1. Korinther, Kapitel 11 und doch die Verse 23 bis 26. Während des Passafestes durften die Israeliten nichts Gegorenes oder Gesäuertes im Haus haben. Und deshalb aßen sie nur Brot, das ohne Hefe und Sauerteig gebacken wurde. Sauerteig war für den Israeliten ein Gleichnis für Sünde. Oder für das Negative. Für das, was versäuert. Manche Menschen laufen ja nur, ja ich sag's jetzt mal übertragen, mit versäuerten Minen herum. Warum? Weil sie belastet sind. Sie sind nicht frei. Aber im Korintherbrief wird schon deutlich gemacht, dass ein wenig Böses verdirbt die ganze Welt. Das ungesäuerte Brot, das beim Abendmahl gegessen wird, erinnert uns also daran, dass Jesus sündlos war. Christus hat oft Gleichnisse und Bilder benutzt, um Wahrheiten zu erklären. Er selbst bezeichnete sich beispielsweise als die Tür, als Licht, ich bin das Licht oder ich bin der Weg. So sind auch Brot und Wein nur Symbole, die uns an Jesu Opfer für unsere Sünde erinnern. Und weil diese Symbole später wörtlich genommen wurden, entstand in der katholischen Kirche die Lehre der Transsubstantiation oder mit einfachen deutschen Worten gesagt, die Verwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Jesu und der unblutigen Wiederholung des Opfers Jesu. Man begann also zu glauben, Jesus wird während der Messe oder Eucharistiefeier vom Priester aus dem Himmel geholt und erneut geopfert. Und zwar tatsächlich leibhaftig. Brot und Wein werden also tatsächlich zu Leib und Blut Jesu. Und durch das Essen des Brotes, das heißt der Aufnahme dieser Hostie, die man dann aufnimmt, dieses Opfer, nimmt der Gläubige erst Jesus in sich auf. Und weil das verwandelte Brot im Tabernakel aufbewahrt wird, ist Jesus leibhaftig in der Kirche gegenwärtig und kann dort in Form der Hostie vom Gläubigen angebetet werden. Und so lehrt die katholische Kirche zum Beispiel, in einem Hirtenbrief habe ich das gelesen, dass der katholische Priester, wenn er das Ego Thea Absolvo spricht, Christus aus dem Himmel herausholt und in der Hostie verwandelt. Dieser Gedanke der Verwandlung und der täglichen unblutigen Wiederholung des Opfers Jesu ist aber der Bibel fremd. Jesus ist nur einmal für unsere Sünden geopfert worden. Das können Sie in vielen Texten des Hebräerbriefes lesen. Es lohnt sich übrigens, den Hebräerbrief hier mal richtig zu studieren. Und deshalb ist kein weiteres Opfer nötig. Zum Abendmahl gehört nun als zweites, und das ist ja auch der Inhalt der Frage, die Fußwaschung. Sie fand vor der Austeilung des Brotes statt. Jesus legte sein Gewand ab, so wird uns in Johannes berichtet, sein Obergewand, gürtete sich einen Sklavenschurz um und beginnt nun den Jüngern die Füße zu waschen und macht es als ein Zeichen für die Jünger deutlich, was sie in Zukunft tun sollen. Und der Petrus sagt sogar, also nicht nur die Füße, sondern den ganzen Körper. Und Jesus sagt dann, wer ein Bad genommen hat, braucht nur noch, dass die Füße gewaschen werden. Auch wenn wir durch das Bad der Wiedergeburt gerettet sind, benötigen wir doch immer wieder Vergebung und Reinigung, weil wir uns schuldig gemacht haben. Und daran soll uns die Fußwaschung erinnern. Sie ist außerdem ein wunderbares Zeichen der Liebe, des Dienens und der Demut Gottes uns Menschen gegenüber. Er beugt sich herab. Er kommt zu uns herunter. Er geht nicht an unseren Kopf, sondern an unsere Füße. Er sorgt dafür, dass wir von Grund auf erneuert werden. Jesus hat uns mit der Fußwaschung ein Beispiel gegeben und uns gebeten, ihm darin zu folgen. Und trotzdem ist bei den meisten Konfessionen diese wunderbare Art oder Symbolik in Vergessenheit geraten. Stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir freuen uns darauf. Bis zum nächsten Mal.